Wo sind wir denn hier? Venedig Gibt es auch im Street View Beziehungsweise 3D-Bild, ne? Hat mal irgendwer gemacht So, wir wollten heute noch mal eine Tour angucken Welcome Tour hatten wir, Wasser hatten wir Machen wir mal die Wüsten La Quinta, Kalifornien Australien, Ayers Rock Oh, jetzt stehen wir drauf Ist ja echt weit und breit nichts, ne? Siedlung Namibian Desert In Namibia Zion Kenyan in Utah Geil, ne? Von oben National Park, Algerien Aga Black Rock Desert Black Rock Desert in der Wüste Nevada Meteor Crater Arizona Was ist das denn nochmal? Krass, ne? Was ist das denn nochmal? Die Sahara in Afrika Die Sahara in Afrika Jawoll Gucken wir uns nochmal, ob die Colors enden Der Amazuin River in Brasilie Das ist ein Kilo Das ist die Praxis Werelde Von der Amazuin River in Brasilie In den USA gibt es schon viel zu sehen, überall auf der Welt eigentlich. Was ist das immer noch? Nee, Atacama Desert in Chile. Hongkong, das ist quasi die Wüste, nein, Stadtwüste, nein, Köln. Und China. Mainz in Germany. Ach, haben sie Landwirtschaftsgeräusche eingebohlt, Trecker. Miami, Florida. Das ist auch krass. Rostock. Und natürlich Hamburg. Burjent im Iran. Verschiedene Farben. Nochmal Yuta. Intrepid Potash. Potash. Was auch immer das ist. Yuta. Molokai. Hawaii. Ach, gute Farben. Von oben noch einmal. Von oben noch einmal. Hawaiianischen Inseln. Sehr schön. Dann haben wir beim nächsten Mal noch die Cities und die Lindenmarks. Ja, genau. Okay, now. Ja, genau. Ja, genau. Kanada. Geht nach aktueller Tageszeit, ne? Jetzt ist es gerade dunkel, hier haben wir es früher am Tag gerade, als ich das mache. 9 Uhr oder so. Kuba. Jamaika. Dominican Republic. Puerto Plata. Gibt es hier oben etwas? Nope. Naja. Hier steht eigentlich die Statue drauf. Typisches 2D, ne? Gut. Beim nächsten Mal geht es weiter. Ja. 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 Ja.